Für all jene, die einen Zahnarztbesuch nicht nur als unangenehme Notwendigkeit sehen wollen, ist die Praxis von Dr. Kora Halawaschak die perfekte Ordination. Fokussiert auf Angstpatienten und Kinder nimmt ihnen das freundliche Team durch seine einfühlsame Art die Furcht vor dem Zahnarzt. Zudem werden die Behandlungen in der angesehenen Praxis donnerstags schmerzfrei im Dämmerschlaf durchgeführt. Prothesen werden hier mit Implantaten festsitzend gemacht und das hauseigene Zahnlabor sorgt für eine rasche Anfertigung sowie Reparatur von Brücken, Kronen sowie Prothesen. Der Bereich Kieferorthopädie verbessert die Optik und verringert die Kariesanfälligkeit ihrer Zähne. Auch Allergie- und Mundhygienebehandlungen mit einer darauf spezialisierten Mitarbeiterin werden angeboten. Für die Zahnärztin sind Hausbesucher in bestimmten Fällen ebenso selbstverständlich wie Visiten in Seniorenheimen. Dr. Kora Halawaschak, die All-in-One-Dentalpraxis in Wien.